Auszug aus einem Brief, den Apostel Paulus an die jungen Christen in Galatien schreibt. Leben in Liebe aus der Kraft des Geistes. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Liebe, das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr eures selbstsüchtigen Wünschen nicht folgen. Die menschliche Selbstsucht, der Egoismus kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Wenn ihr aber euch vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und okkulte Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neue Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem hervorwachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen voreinander groß tun, uns damit gegenseitig herausfordern oder einander beneiden. Brüder und Schwestern, sogar wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder auf den rechten Weg. Und passt dabei auf, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Jesus Christus uns gibt. Amen. 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 Vielen Dank.